mein name ist oliver rohrbeck ich bin hier im hörspielstudio kreuzberg und wir haben die letzten zwei tage eine hörbuchaufnahme gemacht und zwar habe ich als hörbuch eingelesen die drei fragezeichen und der superpapagei eine tolle folge eigentlich ist der karpatenhund ja deine lieblingsfolge musstest du dich mit andreas fröhlich einigen wer welche folge liest ich habe von vornherein gesagt ich mache sehr gerne mal den superpapagei andreas hat eigentlich gleich gesagt er würde gerne den karpatenhund machen das finde ich auch völlig in ordnung dass man da jetzt nicht so eine zuordnung macht er hatte glaube ich auch einen anderen lieblings klassiker fall als den den er jetzt gelesen hat und ich fand den superpapagei total richtig für mich jetzt um den als hörbuch einzulesen das ist ja sehr spannend die drei fragezeichen mal als hörbuch zu machen weil justus ja hier eine ganze menge vorantreibt in diesem fall und ich das von der aufteilung der menge von justus im gegensatz zu den anderen eigentlich sehr schön fand und auch die struktur dass justus zweimal mit peter alleine unterwegs ist passt da sehr gut als wenn die drei ständig zusammen sind und man dann diese drei stimmen die man ja so im ohr hat die muss ich ja dann sozusagen alle alleine lesen im hörbuch also das fand ich jetzt von der aufteilung und von der geschichte her ein super fall für mich hast du dir den ersten fall ausgesucht weil justus der erste detektiv ist es ist ja auch ein sehr beliebter fall es ist tatsächlich einer der erfolgreichsten fälle überhaupt er ist natürlich auch am längsten auf dem markt kann man sagen also musste er ja auch so erfolgreich sein ja das könnte auch mit dazu beigetragen haben den superpapagei auszuwählen wir haben ja dann 2004 den superpapagei in der damaligen collarline arena in hamburg vor 12.000 leuten gemacht live und tatsächlich so wie er dann auf kassette und cd war in den dialogen also dass daher hatte ich den auch noch so ein bisschen im kopf den superpapagei aber das war jetzt als hörbuch hat das ja richtig spaß gemacht muss ich mal sagen hast du zur vorbereitung noch einmal in das hörspiel gehört tatsächlich hatte ich gott sei dank jetzt vor zwei tagen einen tag vor der aufnahme habe ich dann wieder eine längere autofahrt gehabt und da habe ich mir das noch mal angehört ja das fand ich sehr sinnvoll noch mal diese sehr prägnanten sprecher von damals mir anzuhören damit ich dann so ein bisschen meine stimmen die ich verteile an die anlehnen kann wenig auf jeden fall voll und ganz getroffen habe ist tante mathilda karim liniewick die habe ich jetzt hier in dem hörbuch total gut getroffen hast du dich an die aufnahmen von damals erinnert während du das hörbuch eingesprochen hast hatte ich ehrlich gesagt als ich dann vor zwei tagen das hörspiel noch mal gehört habe da hatte ich doch so einige erinnerungen gerade mit dem aufzählen der papageien namen das war kam mir damals schon total wirr vor während der aufnahmen zu dem hörspiel und ich weiß gar nicht ob ich damals als ich 13 oder anfang 14 war als wir es aufgenommen haben ich glaube wir haben es 78 aufgenommen 79 ist es rausgekommen und ich glaube ich habe den fall damals schon nicht kapiert deswegen war das jetzt eigentlich sehr hilfreich das ganze buch mal durchzulesen denn tatsächlich ist es so dass ich jetzt bei diesen aufnahmen 2019 das allererste mal ein drei fragezeichen buch in voller länge gelesen habe habe ich noch nie gemacht wir kriegen ja immer die manuskripte zugeschickt die sind natürlich ein bisschen verkürzter als das buch da kommen so ein paar nebenstränge raus weil sonst könnten wir nicht auf eine länge von damals noch circa 50 45 50 55 minuten kommen heute sind unsere hörspiele ja fast immer 75 minuten manchmal ein bisschen zu lang finde ich aber so 60 65 minuten ist eigentlich eine gute länge damals es waren glaube ich 45 da war schon eine ganze menge zusammengestrichen und ich weiß gar nicht ob die so ganz kleine tricks die die jungs jetzt hier ermittelt haben auf der suche nach diesen papageien auf der suche nach den sprüchen die die papageien machen und sie kommen dann nicht weiter also im hörspiel ob das so deutlich ist ich glaube man braucht justus jonas der dann manchmal sachen erklärt weil man sie selber einfach gar nicht kapieren konnte ich übrigens auch nicht konntest du denn jetzt alle fragen klären größtenteils größtenteils es gab jetzt eine sache im buch da habe ich nicht ganz kapiert wie sie gleich darauf kommen wann sie wissen was bei den papageien sprüchen der wichtige teil ist und welcher eigentlich wegfällt weil er nur ein zitat aus einem märchen ist oder sowas und dann merken sie das richtige rätsel sind dann immer nur die teile wo fehler drin auftauchen und das kam jetzt auch nicht richtig deutlich hervor aber man muss auch sagen es ist teilweise schon eine relativ antiquierte sprache die übersetzung meine ich jetzt von den alten robert arthur büchern man muss dazu wissen die drei fragezeichen bücher kamen ja zehn jahre vor den hörspielen also die müssen sowas so 68 69 nach deutschland gekommen sein ich weiß dass harald schmidt zum beispiel früher in buchhandlungen lesungen mit drei fragezeichen büchern gegeben hat als es die hörspiele noch gar nicht gab wo du gerade davon sprichst hast du ein paar stilblüten entdeckt ja also ich durfte jetzt eine ganze menge sagen was was man eigentlich heutzutage in der sprache gar nicht mehr benutzt also gut justus darf alles benutzen das ist schon mal klar der hatten war sehr weites spektrum aber hier dann jetzt in der übersetzung und auch in diesem kontext gab es schon so ein paar sachen die die altbacken waren aber was natürlich auch schön war sind wörter ja natürlich lucius et licinius et lucullus früherer feldherr und schlemmer das wort schlemmer würde man heutzutage eigentlich auch nicht mehr benutzen dann wird mindestens viermal in dem buch wird von verschiedenen personen sowohl von tante matilda als auch der mrs claudius sagt die dann ich gehe uns mal ein paar brote machen wir haben doch sicher alle hunger ich nehme an dass in dem original im englischen dass das sandwiches stand und das würde man heutzutage natürlich auch sagen sandwiches weil das kennt jeder und das sagen wir im deutschen mittlerweile auch und wir wissen was das ist diese schönen toastbrot dreiecke aufeinander geklappt gerne manchmal auch dreistöckig in england in amerika zweistöckig und in amerika dafür der braune rand abgeschnitten so dass nur das weiße brot anfängt aber das sind sandwiches und man sagt im amerikanischen das d spricht man ja nicht sandwiches und dann sagen die brote das ist natürlich total deutsch brote schmieren hattest du schwierigkeiten jens und andreas stimmen zu imitieren ich habe das versucht ich finde das muss man auch ein bisschen mir viel tatsächlich dadurch dass ich auch der erzähler war fiel es mir manchmal schwer in justus hinein zu kommen ja dass ich nicht dann plötzlich wieder erzähler klinge oder der erzähler plötzlich wie justus denn ja es ist ja nicht ein ich erzählung aus justus sicht sondern es ist schon normaler erzähler und das musste ich also gut trennen und bei den beiden das fiel mir jetzt nicht ganz schlimm schwer wobei ich ihre beiden stimmen dann so ein bisschen an das hörspiel von 79 angeglichen habe da ist jens noch sehr so ganz zaghaft und ja manchmal so ein bisschen verhaucht und dann habe ich dazu aber so ein paar gesten und zwischengeräusche und lacher von jens eingebracht weil er sitzt mir im studio sitzt mir in hamburg im studio bei frau körting sitzt mir genau gegenüber andreas und schräg gegenüber jens ich gucke den immer ins gesicht und dann kann ich immer gucken wie jens spielt und dann lacht er manchmal überschwänglich oder teilweise übertrieben freudige reaktionen übertrieben ängstliche reaktionen also da konnte ich jens noch einfacher sozusagen jetzt umsetzen durch so ein paar lacher oder laute als nur über eine ängstliche verhauchte stimme da kommt er dann eigentlich nicht genug zur geltung andreas habe ich mir dann immer so ein bisschen brubbliger vorgestellt einfach und ich muss mir dann immer ihn selber vorstellen wie er über dem manuskript mir gegenüber hängt in das manuskript hinein guckt und seine locken rauft er rauft dann seine locken und dann setzt er zu einem tiefen anatmer an und dieser einleitungs anatmer hat mir dann geholfen so ein bisschen in seine stimme hinein zu kommen nun kann ich nicht bei jedem satz von ihm erst mal so übertriebenen jogi löw atmer machen aber es hat mir geholfen so ein bisschen in also in den in die nicht in die stimmen rein zu kommen sondern in ihren sprechduktus ihren rhythmus und ihr so wie sie sich ausdrücken und der eine mal langsamer oder schneller wird das ging glaube ich relativ gut und ich glaube man kann gut nachvollziehen wann wer spricht mir ist noch aufgefallen dass du bei peter den stotterer immer ganz gut übernommen hast ja das ist mittlerweile ein markenzeichen von jens was auch glaube ich bei den akteuren des wuppertaler voll plebeck theaters gehasst wird weil das ist sehr schwer nachzumachen hast du weitere stimmen aus dem hörspiel übernommen beispielsweise claudius also gar nach fiedler die stimme ist ja schon großartig und er spricht dass diesen dicken mann er spricht den so im hals also der hat natürlich auch so ein hals und der hat ein hals der ich glaube da kommt gar nichts aus dem mund raus wahrscheinlich hätte ich den mund noch mehr zu lassen sollen aber das hat natürlich spaß gemacht diese charge so ein bisschen herzustellen und den so brubbeln zu lassen und da sagt er ja auch im buch andauernd er ist so temperamentvoll und fährt aus der haut und da hatte ich dann hier alle freiheiten also natürlich habe ich den nicht jetzt einfach kopiert und versucht jeden satz wie im hörspiel von vor 40 jahren zu sprechen sondern ich habe mir einfach die charaktereigenschaften die gerlach fiedler dann da hineingelegt hat die habe ich mir jetzt als freiheit genommen und bin sehr freizügig damit umgegangen man hat auch gemerkt dass es dir spaß gemacht hat hast du ein paar stilblüten im skript gefunden ja also ganz stark ist mir aufgefallen ich habe das erste mal in meinem leben von dem rolls-royce fahrer fitch gehört der war natürlich raus aus dem hörspiel weil man wollte nicht noch eine figur jetzt da einführen dann hat man das dass morten meinen tag urlaub hat oder nicht keine zeit hat und man hat einen zweiten fahrer zur verfügung gestellt der den drei jungs überhaupt nicht sympathisch ist davon wusste ich nichts weil ich das buch ja wie gesagt nie gelesen habe der war mir vollkommen neu dann waren da auch noch zwei so gehilfen von genie ich weiß gar nicht ob die im hörspiel drin waren wenn ich mich recht erinnere ich glaube nicht so richtig also auf die hat man dann so ein bisschen verzichtet kenneth und patrick waren glaube ich in den hörspielen jetzt auch noch nicht so prominent vertreten wie hier im buch eigentlich dass die so etabliert auf dem schrottplatz sind heutzutage nennt man es ja gebrauchtwaren center damals sagte man auch schrottplatz t jonas und natürlich fragen sich millionen von drei fragezeichen hörern seit 40 jahren wer da im hintergrund wenn die in der zentrale sitzen immer flext weil es ist ja durchgehend geflexe ob tag oder nacht auf dem schrottplatz ich glaube das sind kenneth und patrick die sich seit jahren versuchen durch sanifärklos zu flexen oder da raus zu flexen die da seit 40 jahren eingesperrt sind aber hier hatten sie jetzt eigentlich richtig eine tragende rolle in dem hörbuch gibt es aussprachen patzer im hörspiel ja ich also es war claudius wir haben damals im hörspiel auch glaube ich gesagt irma wegener wir haben sie jetzt mal ein bisschen verenglischt irma wegener aber claude claudius sein vorname taucht ja auch plötzlich auf was ich ganz interessant fand aber den haben wir dann damals tatsächlich deutsch ausgesprochen es kam ja in diesem ist mir dann als ich das hörspiel noch mal neu gehört habe ist mir aufgefallen da waren ja richtige schnitzer drin weil erst ging es auf dem nummernschild um die zahl dass das kennzeichen mit der zahl 13 endet und dann haben wir im weiteren hörspiel immer 31 gesagt aber alle dann durchgehend und das war damals im hörspiel auf jeden fall ein fehler es gab in anderen folgen glaube ich viel viel schlimmere aussprachen fehler da haben wir alle drei unterschiedlich einen namen ausgesprochen und innerhalb eines dialogs in einer szene also der eine nannte ihn gommes und der andere nannte ihn gourmet und gomez oder also wir haben alles mögliche gemacht damit man nie wieder darauf kommt dass das eine und dieselbe rolle ist es waren aber tatsächlich schnitzer damals also das ist ist uns damals nicht aufgefallen ist aber der tatsache geschuldet dass man beim hörspiel aufnehmen jetzt nicht chronologisch aufnimmt sondern dass wir dann in szenen rein springen weil die anderen schauspieler gerade zeit haben und dann legt einer plötzlich mal die aussprache so und so fest dann kommt er ein paar szenen nicht vor und dann denken wir war der schon mal da und wir nennen jetzt mal so und so das müsste dann heutzutage schreiben wir sowas alles auf und da springt frau körting und unsere product managerin die hört auch bei jeder aufnahme zu die springt dann da sofort rein und heutzutage wird das alles richtig gemacht damals war das noch etwas spielerischer würde ich das mal nennen die entscheidung axel luther als orbit hitfield zu besetzen kam ja von dir stehst du noch zu deiner entscheidung stehe ich total dazu wenn man sich diese charakteristische figur von alfred hitchcock diese diesen birnenkörper ja auch ein bisschen adipös der hals und dann aber kommt diese birnenfigur und dieser bauch mit dem anzug also da muss irgendwie so was brabliges her und ich finde das matcht optimal mit dem bild von hitchcock dieser diese stimme von axel und das finde ich super wenn du dir ein thema für eine drei fragezeichen folge aussuchen könntest welches wäre das naja wir sind ja stark eingeschränkt in unserer themenauswahl also es kann jetzt nicht wie damals nur um verschwundene papageien gehen wo sich dann dann entpuppt es sich dass das auch um ein teures gemälde geht und so oder wir haben in tausenden von exzentrischen villen die in den bergen von rocky beach sind bei operndiven und sonst was sind wir stimmen nachgegangen und verschwunden katzen und sonst welchen geister erscheinungen wir haben ja keine leichen wir sind ja nicht detektive die in mordfällen recherchieren und ermitteln und da bleibt die themenauswahl beschränkt auf diebstahl und mysteriöse vorkommnisse was mein reales vorkommnis wäre wäre zum beispiel umweltkriminalität also dass in diesem fall etwas passiert da kann man doch mal drüber sprechen heutzutage dass die jungs da irgendeiner umweltschweinerei oder sonst was hinterher gehen und das aufdecken wollen das würde auf jeden fall glaube ich gut zu denen passen würde mir gefallen sind ja drei radfahrer die ab und zu nur zum auto greifen drei sportliche radfahrer also ich finde das würde mir eigentlich ganz gut gefallen also hallo freunde ich habe eingesprochen die drei fragezeichen und der superpapagei als hörbuch es wird eine ganze reihe geben von hörbüchern aus diesen klassiker fällen mir hat das so großen spaß gemacht ich finde es ist eine irre bereicherung dass jetzt mal aus dem munde eines erzählers einen drei fragezeichen fall zu hören wir haben das mit verschiedenen leuten gemacht aber eben nicht als hörspiel war eine ganz spannende erfahrung wenn es dann auf dem markt ist und ihr hört euch das an ich kann euch nur sagen viel spaß